Wenn du auch ein Fan der orientalischen Küche bist, dann kennst du bestimmt Baba Ganouche, die cremige Auberginenpaste, die du auch ganz einfach selbst zubereiten kannst. Ich zeige dir jetzt wie. Wir starten natürlich mit Auberginen, die werden eingepiekst und dann bei 200 Grad im Ofen geröstet. Dauert ungefähr 40 Minuten, derweil kannst du was anderes machen, denn das macht alles der Ofen für dich. Kurz abkühlen lassen und dann das Fruchtfleisch rausschaben, bevor wir dann Tahini, also Sesampaste mit dazu mischen. Ein bisschen Zitronensaft für den runden Geschmack dazugeben, etwas Kreuzkümmel und Salz sowie Knoblauch. Der ist optional, wenn du keinen rohen Knoblauch magst, kannst du hier auch Knoblauchgranulat nehmen oder ihn ganz weglassen. Aber für einen authentischen Geschmack ist der Knoblauch auf jeden Fall wichtig. Einmal abschmecken mit Salz und dann ist auch schon Zeit, das Baba Ganouche anzurichten. Ich habe hier ein bisschen Sumac, Granatapfelkerne und frisch gehackte Petersilie und am liebsten serviere ich das mit frisch gebackenem Pita-Brot.